Hey, Kay. Sorry, bin spät dran. Kein Ding. Ich hab eh nichts vor. Du wolltest mir was Wichtiges sagen? Doch nicht, dass Chris mich bei seiner Mission dabei haben will, oder? Ich hab ihm schon gesagt, dass ich da keinen Bock drauf hab. Ehrlich, was ihr von seiner Houndwolf-Squad für ihn durchmacht. Nein, danke. Darum geht's nicht. Es geht um dich. Mich? Ich... mach mir Sorgen. Wie ist... wie läuft's in der Schule? Ernsthaft? Dafür hast du mich herzitiert? Machen diese Mädchen, ist die immer noch schwer? Du meinst, ob sie mich noch wie ein Freak behandeln? Hey! Äh, äh. Sieh mich an. Du bist kein Freak. Doch. Und das weißt du. Darum halte ich mich von den anderen Schülern fern. Wenn sie wüssten, was ich bin. Also... Hast du keine Freunde? Zum Reden? Tch. Reden? Worüber? Dass ich kaum ein Mensch bin? Dass ich ein abstoßendes Monster bin? Aber... Hey, ist okay. Freunde bringe ich selten um. Was, wenn du deine Kräfte... loswerden könntest? Ich würde keine Sekunde zögern. Okay, dann lass mich dir was zeigen. Du weißt bereits von Miranda und der Mutter Myceten, wie sie ihn wie besessen untersuchte und ihren Experimenten an Menschen. Wie mir? Genau. Äh, was du nicht weißt, ist, dass wir jetzt Teile ihrer Unterlagen gefunden haben. Offenbar entdeckte sie einen reinigenden Kristall, der den Mutter Myceten entfernen kann. Reinigenden Kristall? Wenn wir so einen hätten, könnten wir deine Kräfte vielleicht abschwächen. Womöglich sogar ganz entfernen. Du verarschst mich. Nein, aber die Notizen sind unvollständig. Allerdings... hab ich da so eine Ahnung, wo der Rest ihrer Forschung sein könnte. Na dann, los, finden wir sie. Wo ist sie? Äh... Da drin. Was? Das ist ein Fragment des Megamyceten. Es absorbiert und speichert die Erinnerungen derer, die in unmittelbarer Nähe sterben. Auch Mirandas. Und damit all ihr Wissen. Wenn du in sein Bewusstsein eindringst, findest du vielleicht etwas über diesen Kristall heraus. Was soll das heißen, in sein Bewusstsein? Okay, also... Du... Dank... deiner Verbindung... kannst du die... Informationen im Innern erkunden. Das klingt verrückt. Du klingst verrückt. Ja, ja. Ja, Rose. Aber nicht gefährlich. Okay, es ist quasi wie ein Spaziergang durch jemandes Erinnerung. Und du denkst, das funktioniert? Ein Versuch ist's wert. Was hast du zu verlieren? Wie soll das überhaupt gehen? Du... Scheiße, ich... Keine Ahnung. Versuch's... zu kontaktieren. Dann sehen wir's. Okay. Na gut. Was soll's. Oh mein Gott, Rose ist so komisch. Ja, als ob sie Sachen seht, die gar nicht da sind. Creepy. Verzieh dich gefälligst, du Creep. Er will schon mit der Befreundin sein. Du bist sowas von nicht normal. Auf ihrer Hand hat sich was bewegt. Was ist los mit dem? Hört auf! Hör auf! Verzieh dich gefälligst, du Creep. Creepy. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Ja, der hat sich was für mich. Danke. Ich bin so... 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 Bitte hör auf! Ich bin so... Ich bin noch hier? Kay! Kay! Wo bist du? Kay! Hier. Stimmt was nicht. Warte. Was? 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 Voll eklig. Was ist das? Lass mich raus. Äh, ist da jemand? Gefährlich hier. Gefährlich? Wieso? Warte, ich sehe, ob ich einen Schlüssel finde. Warte, ich sehe, ich sehe. Warte, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Da steht mein Name. Ich sehe, ich sehe. Was ist das? Was ist das für ein Zeug? 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 Du siehst aus wie ich? Wer bist du? Ich bin Rose Was ist hier los? Müssen weiter Aber so gefährlich hier Hey, Vater! Hilf mir ihm... Hey, Vater! Wo willst du hin? Ach du Scheiße! Hier sind noch mehr... Die wie ich aussehen... Weißt du, was hier vor sich geht? Hey! Hörst du mir überhaupt zu? Wir müssen das Tor öffnen! Der Hebel fehlt... Der Hebel fehlt... Was ist das für ein Zeug? Wir müssen das für ein Zeug... 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 Wir müssen das... Jas, ich... Oh, Gott! Nein! Scheiße! Sie sind überall! Oh, Gott! Hier nicht! Scheiße! Oh, Gott! Oh, Gott! Was? Sackgasse? Nein! Bleibs weg! Oh, Gott! Was? Oh, Gott! Oh, Gott! Oh! Oh, Gott! Oh! Oh! Gah! Was bist du? Okay. Was waren das für Dinger? Was ist hier los? Wie? Was ist das hier? Wo bin ich? Nicht bevor ich DAS losgeworden bin! Es gibt hier einen Kristall, der den Pilz entfernt. Ich muss ihn finden! Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Wer bist du? Mein Schutzengel? Hast du einen Namen? Du bist ein Engel, also... Gabriel? Michael? Michael? Okay. Michael? Und jetzt? Nein, ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sie tun mir so leid. Und wieder eins geschnappt. Ein lebhaftes Ding bist du. Wirst du doch mit dieser Energie weggelaufen. Das hätte die ja deutlich unterhaltsamer gemacht. Lass mich los, lass mich los. Mir scheint, diesem Häschen fehlt es etwas an der nötigen Standhaftigkeit. Ein Jammer. Mit ein bisschen mehr Biss wirst du sicher entkommen und der Kristall gehörte jetzt dir. Der Kristall? Wen haben wir da? Ein neues Häschen, das verfolgt werden möchte. Wie schnell wird es diesmal wohl sein? Findet sie! Bringt sie mir! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Irgendwas zieht mich runter! Ein Glück! Ein Ausgang! Shit! Was jetzt? Echt jetzt? Woher denn bitte? Was? Etwa so? Oh? Oh! 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 Ah! Mal sehen, wo ich das nächste Häschen finde. Sie sind weg. Das muss der Kristall sein. Ich brauche wohl diese Masken, um ranzukommen. Sie sind weg. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.